Fächerfische können ihre Flossen ein- und ausklappen. Mit ihrer spitzen Schnauze, dem Rostrum, schießen sie wie ein Pfeil durchs Wasser. So schnell zu beschleunigen ist in der kühlen Meerestiefe nicht ganz einfach. Doch die Natur hat die Raubfische dafür perfekt ausgestattet. Zwischen ihren Augen, direkt unter dem Gehirn, befindet sich ein besonderes Heizsystem. Es erwärmt ihre Augen und ihr Gehirn auf 15 Grad über der Umgebungstemperatur. So kann der Fächerfisch schnellste Bewegungen ausführen, trotz des kalten Wassers. Die Raubfische leben in Schulen mit bis zu 30 Tieren, jagen aber in Gruppen, die oft zwei- bis dreimal so groß sind. Die Raubfische